Ja, wir Burschen müssen irgendwann eine Frau holen, aber leider ist uns keine wirklich gut genug. Und so suchen wir schon über sieben Jahre lang in der Disco, in der Zeitung, auf der Straße. Und wir haben ab und zu ein paar Termine und die kommen von der Heiratsagentur. Doch die meisten sind nicht nett, darum schicken wir sie weg und jetzt hilft uns eines nur. In der Weiberbäckerei, in der Weiberbäckerei, stehen die Burschen in der Schlung und wollen eine Frau gebacken haben. In der Weiberbäckerei, in der Weiberbäckerei, ist für jeden was dabei. Nix für ihn, nix für ihn, nix für ihn, weil wir einsam sind, weil wir einsam sind. Nix für ihn, nix für ihn, nix für ihn, weil wir ganz, ganz einsam sind. Ja, wir Burschen stehen auf ganz spezielle Damen, aber leider gibt es die ja mit wie Sand am Meer. Und wenn überhaupt, dann sind sie nicht zu haben und wir Burschen laufen keiner hinterher. Und wir wollen auch nicht eine von der Stange, denn das Beste ist für uns grad gut genug. Schöne Augen, schönen Mund, schönen Lippen, kerngesund und in der Blusen prall und rund. In der Weiberbäckerei, in der Weiberbäckerei, stehen die Burschen in der Schlung und wollen eine Frau gebacken haben. In der Weiberbäckerei, in der Weiberbäckerei, ist für jeden was dabei. Nix für ihn, nix für ihn, nix für ihn, weil wir einsam sind, weil wir einsam sind. Nix für ihn, nix für ihn, nix für ihn, weil wir ganz, ganz einsam sind. In der Weiberbäckerei, in der Weiberbäckerei, stehen die Burschen in der Schlung und wollen eine Frau gebacken haben. In der Weiberbäckerei, in der Weiberbäckerei, ist für jeden was dabei. Da ist für jeden was dabei.